einen sportlichen guten tag und herzlich willkommen zu diesem neuen wunderschönen let's play und diesmal an einem besonderen ort und zwar meiner schule ich sitze hier gerade in einem klassenraum mit dabei ist auch der sklp hallo hallo ist sogar in der video beschreibung verlinkt so wird es kein wort also schaut mal bei mir vorbei und lasst vielleicht ein abo da so ich möchte sogar lange labern heute zocken wir mal vielleicht ein bissel death match nur das muss immer sein hinterlohn ist anscheinend gerade nie das ist erst in zehn minuten glaube ich und denn wir haben es jetzt gerade 10.50 die ganzen lappen haben gerade alle noch schule bloß ich habe keine schule weil ich halt meine prüfung fertig habe und ja so wir klatschen mal den t5 bot hier weg also t5s nicht klauen lassen so sehr schön der zenni lässt uns anscheinen in ruhe gut ich gebe mir erst mal ein paar punkte bevor ich auf den drauf gehen nicht verbrennen nicht verbrennen da haben wieder meine schüsse gezählt ich bin hier gegen diese tanks fahren immer wieder toll und dann den bot da weg klatschen so schon sehr schön vielleicht schon irgendwie ein powerup damit wir den senti in den rücken fallen die mine haben jetzt nicht gönnen können und wir sind gestorben direkt so jetzt mal ganz ein bisschen wie ich die angreifen wir klatschen ihn weg sehr genau klatschen jetzt so den kotter weg und haben es geschafft es wird bestimmt unser centaurus töten ja uns fehlen noch 9 kills ihm fehlen noch 8 also eine ganz knappe sache mit kopf an kopf rennen tja und da haben wir den salat ohne muster geht er nichts vielleicht schaffen wir es wird knapp es wird sehr knapp oh wir haben ihn getötet trotzdem noch 8 zu 7 und 50 sekunden zeit ok der bot wird uns töten ja so jetzt schießen wir mal mit die ganze karte hier da rüber mal sehr schön vielleicht erwischen wir das handy da hinten ja sehr schön treffer der schießt uns auch an der hat es vorbei geämmt ok wir schießen auch und jetzt kommen die sofort hier hin und wir verlieren ganz knapp 10 zu 13 kills bis jetzt in der nächsten runde dann aber in devmatch im richtigen devmatch bis gleich so willkommen zurück wir sind jetzt in der zweiten runde aber an einem anderen tag aber trotzdem immer noch in der schule und in einem anderen account beziehungsweise panzer heute mal mit dem esshorn ich glaube ich werde die beiden videos zusammen klatschen zu einem und ich würde sagen wir fahren jetzt auf eine runde hafen mit dem esshorn und schauen mal was da abgeht und ich hoffe dass meine mobilen daten das alles wird schaffen weil wie gesagt ich muss produktiv sein in einer zeit wo ich nicht so viel zeit habe so jetzt scheinen in die runde rein ich denke mal so ich werde hier ein bis zwei runden aufnehmen und euch das zu einem kleinen let's play zusammenschneiden hoffen wir mal dass wir eine botrunde erwischen vielleicht das wäre natürlich sensationell wenn ein paar dias für ein akis haben so wir checken auf jeden fall ein bot erstmal das ist gut soweit noch einer gleich hinterher wir sind natürlich am abstauben dabei so du gehst down und du gehst auch one shot down by the way ist auch sky lp dabei hallo hi ähm könnt ihr gerne ausschicken ist natürlich unten verlinkt habe ich mich schon mal im letzten video abstatt erwähnt aber es sind die wundern wenn ihr irgendwelche geräusche hört im hintergrund so man hört jetzt hier nur das klack klack von der ohr aber mehr auch nie das ist halt typisch für schulen ne hier ist ein serpens mit dabei ich darf mal schön abnehmen so im general aber das erste macht schon ziemlich viel schaden also wollte ich mal gerne gedanken machen dass mir hier irgendwie ausgeklaut wird sehr schöner kill hier ist kein helium pack schade ähm und du kommst mal her ich staub nur ab der wird mich klar ballern oder ich verbrenne an bot genau sehr gut so ich hoffe das passt dann mit dem ton ich muss immer meine stimme ziemlich laut machen damit man nicht mehr versteht heute mal wie gesagt in einem anderen klassenzimmer oder wie man das nennen will ähm da ist der ton nochmal ein bisschen anders als gestern so 1100 punkte sehr schön Geld sammeln na gut er hat halt 150 millionen kann man sich mal gründen ja da brauchen wir jetzt nicht so viel Mist der Schuss von mir war schlecht jetzt muss ich mir hier mühlen jetzt klaut er schon wieder von ah der war schlecht ein bisschen wieder gestorben sauber und er überholt uns na toll das war schlecht von mir gespielt wieder ein schlechter schuss muss ich mehr zielen zielen und schicken sehr schön da hinfahren und treffen sehr schön so treffen wieder sehr schön Dankeschön für die Nebengeräusche SkyRP war es sehr toll ich ziehe ein Taschentuch raus so wir sehen uns gleich in der nächsten Runde bis gleich oh wir haben sogar gewonnen nice one so willkommen zurück wir steigen bei 2 Minuten und 50 Sekunden ein und ja machen hoffentlich das Beste draus ich gehe mal auf den S-Power vor da diesmal auf deinem Webaufen by the way schön auf das S-Rund schießen ja diesmal auch glatt oder andere halt sehr gut ja der S-Go glaube ich werde das Power-Up jetzt nicht du wirst auch dran glauben müssen äh Peace Victor peace please 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 oh god no no sehr gut ok das war knapp 0 0 1 Oberbefehl sauber ist in der Runde ok nice ok ok das war knapp wir tun das S-Bug und den S-Power und den S-Power wollen wir auch gleich mitnehmen ja ganz cool ne das wird nichts ne das wird nichts ne was bist du denn du mit einem mickrigen S-Bug das ist nicht in Ruhe ja gegen S-A-Bens würde ich auf jeden Fall schießen mit D4 ist sicher man hat eine geringe Chance den umzunieten so ganz cool dass der S-A-Bens uns in Ruhe lässt nicht gut jetzt nehmen wir mal den S-Bug oder sonst wieder ein schlechter Schuss kann man besser machen mal wieder ein bisschen versammelt da muss ich noch ein bisschen üben das zählen und schießen ok das war ein bisschen kribbelts ok das war ein bisschen kribbelts aber jetzt mal auf den auf das S-Bug ok ok wurde jetzt nichts GG an die Gegner und vielen Dank fürs Zuschauen schaut beim Sklp vorbei wir wissen was da oi abonniert den ok damit war's das haut rein euch noch einen schönen Tag und damit tschau geht eure schauen auf das ne y Specifically ich ganz